Nun, wie wirken diese Bojad und Daguerach auf so einen Gorgor? Ruhe bitte! Ich muss mein Phantasma konzentrieren! Schon gut. Wie weit ist es denn bis zur Insel? Willst du hier aussteigen? Nein, nein, aber wie lange wird es noch dauern? Ah, du freust dich auf die Jagd, stimmt's? Nein, ich interessiere mich nicht für deinen Gorgor, Uru. Ich muss nur das Mon holen. Oh, das ist wichtig, nicht wahr? Sehr. Wie der Tod des Gorgors für mich. Wir alle haben unsere Bestimmung. Verflixt, wie lange dauert diese Fahrt denn noch? Wieso, Urukai? Hast du Angst vor Booten? Hey, ich bin ein US Navy Seal. Es gibt nichts, was mich auf dem Wasser schocken kann. Dann könntest du vielleicht auch ruhig sein, während ich mich auf den Kampf vorbereite. Was hat dir das Tier getan, dass du so aufgebracht bist? Ja, du verstehst nichts von der Bestimmung eines Feejägers. Dieser Gorgor hat den letzten Kampf gewonnen und mich fast umgekehrt. Aber eben nur fast. Du solltest doch froh sein, dass du noch lebst. Nein! Ich habe versagt. Ein Jäger, der von einem Tier besiegt und nicht umgekehrt wurde, ist kein ebenbürtiger Gegner für das Tier gewesen. Dieser Gorgor fürchtete mich nicht und ließ mich am Leben. Das ist nur ein Tier, Uru. Es kann nicht denken, es handelt einfach. Dieser Gorgor ist anders. Er ist schlau. Du wirst schon sehen. Ich habe schon zu lange für diesen Mond gebetet und er weiß, dass ich wiederkomme, um ihm Respekt beizubringen. Indem du ihn tötest? Du hast komische Ideen, Uru. Warte nur ab! Warte einfach ab! Na los, Uru. Gehen wir. Hey! Hey, was machst du da? Verdammt, Uru. Warum machst du denn den Quatsch? Ich werde die Insel erst dann verlassen, wenn der Gorgor besiegt ist. Hast du jetzt völlig den Verstand verloren? Wie sollen wir denn jetzt von hier wieder wegkommen? Darüber können wir uns Gedanken machen, wenn ich mein Schicksal erfüllt habe. Sekunde mal. Was stimmt mit dir nicht? Der Gorgor! Der Gorgor ist doch nur ein dummes Tier. Wegen eines blöden Viehs hast du uns hier auf der Insel stranden lassen, du verrückter Idiot. Du winselst wie ein Thornhaar. Irgendjemand wird uns schon suchen. Sie werden wissen wollen, was das für ein Lärm war. Ach ja? Und weil das so sicher ist, musst du gleich mein Leben riskieren, Uru. Ich habe hier etwas zu erledigen und du bist vielleicht gerade dabei, es zu vermasseln. Du willst dieses Mon wirklich unbedingt haben, oder? Es befindet sich auf der kleinen Insel nordöstlich von hier, aber du wirst sie nicht erreichen. Wie meinst du das? In dem Wasser zwischen dieser Insel hier und der, auf dem sich das Mon befindet, gibt es Sanektar. Das einzige Wesen, das hinüber gelangen kann, ohne umgekehrt zu werden, ist der Gorgor. Die Sanektar fürchten ihn und fliehen, wenn sie seinen Atem im Wasser riechen. Oh, Uru, du machst mich noch wahnsinnig. Du hast mir versprochen, mich zum Mon zu bringen. Hör schon auf zu jammern, wenn ich den Gorgor erst umgekehrt und mein Schicksal erfüllt habe. Brauchst du dich nur neben ihn zu stellen, um wie er zu riechen. Halt die Klappe, alter Tata-Greis, dass ich darauf reingefallen bin. Ich werde dieses Mon holen und dann von diesem verdammten Felsen verschwinden. Fürchtest du den Gorgor? Oh, das solltest du. Er ist sehr gefährlich. Ja, ja, ich weiß. Er ist groß wie ein Haus, springt mit einem Sprung über einen ganzen Berg, bla bla bla. Höheres Wesen, hopp, hopp, hopp. Vielmehr ängstliches Wesen. Der würde doch schon umgekehrt, wenn er den Gorgor nur sieht. Wie zum Teufel komme ich da hin? Genau, hier drin. Verdammt, Uru, jetzt sag schon. Hä? Was hast du gesagt, Urukai? Heilige Scheiße, Uru, hinter dir. Wink, ne? Uru, nein, du Idiot! Ich fürchte, ich habe ein paar schlechte Neuigkeiten. Welche, Urukai? Uru hat es nicht geschafft. Dieser Gorgor hat ihn erwischt. Er wurde von dem Gorgor umgekehrt? Oh, sein Phantasma muss wieder erwacht sein. Du findest das gut? Du musst die Jäger verstehen, damit du weißt, wieso ich mich für Uru freue, Urukai. Hast du das Mon gefunden? Aber klar. Dann bist du dem Sieg über Feran näher gekommen. Kasars wollte werden wahr. Armer Uru, langsam aber sicher wuchs mir der alte Kauz ans Herz. Ich kann er nicht auf dem wir mit einem anderen Kauz ans Herz. Aber du hast du dennas. Ich kann er.